Ein doppelter Max Banky mit Pommes Frites und einem Flirp. Das macht 6,53. Und 3,47 kriegen sie zurück. Oh, Junge, du sollst doch auf die Knöpfe drücken, die die Bilder mit dem Essen drauf haben. Das ist unnötig, Skit. Ich hab mir die Preise gemerkt und kann mir alles im Kopf ausrechnen. Oh, okay, Mr. Zaubermann. Du hast auch vollkommen vergessen, ein dickes McDanke von Max Banky zum Kunden zu sagen. Ich find das ehrlich gesagt etwas abgedroschen. Was hältst du stattdessen von guten Appetit und Freude beim Essen? Sie werden unsere ungesättigten Fettsäuren und chemischen Zusätze nie vergessen. Ich hab mir die Preise gemerkt und kann mir alles im Kopf ausrechnen. Das Bild mit dem Geld, das Bild mit dem Geld. Ha, da ist es. Ein dickes McDanke von Max Bankys. Hey, Junge, da ist noch was. Ist schon gut. Das ist noch etwas Natriumchlorid. Ach, weißt du, Junge, das ist Salz. Das hab ich ja gesagt, Natriumchlorid. Äh, Junge, das hier ist Salz. Das hab ich ja gesagt. Natriumchlorid. Das hab ich ja gesagt. Natriumchlorid. Du sollst doch auf die Knöpfe drücken, die die Bilder mit dem Essen drauf haben. Du sollst doch auf die Knöpfe drauf have. Huue, du sollst doch будет. Und du sollst doch etwas somanas ja. Untertitelung des ZDF, 2020